Also, wenn wir einen österreichischen Staatsmeister bei uns haben, dann wollen wir natürlich sehen, was er kann. Also, ich stelle mir jetzt so ein richtig bravouröses Stück vor. Was hören wir denn? Das Stück nennt sich Flinkefinger. Flinkefinger, die schauen wir uns und hören wir uns jetzt an. Flinkefinger 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 Flinkefinger